Keine Ahnung wo wir jetzt sind Die gehen nicht auf? Tja Die aber Nicht erfolgsversprechend aber Ey, wir haben mal Head Grabs Ah, gleich werden wir geportelt Schau's mal auf Alles klar, noch nicht Boah, hier ist ein schöner Raum Ach, da ist er, ok Du kannst ja der Story zuhören Du wirst wissen, was du sagen willst Ja, besser zu töten Äh, ich weiß es grad gar nicht Geht Svenko überhaupt so weit? Wie weit? Naja, bis durch den Teleporter und so Aber Black Mesa hört ja gleich auf Müsste eigentlich Ich werde dich aufhören Ich werde dich aufhören, während du das Portal wirst Aufhören Oh Ah doch, da sind noch alle Ach, da habe ich Es ist das Jetpack Oder das Sprungding Wie geht das nochmal? Pschsch Ja Ich glaube Steuern gedrückt halten Und dann irgendwann Space Doch nicht Wie war das denn? Ach so, nur ganz kurz war das so Oh ja Geht aber auch nicht immer irgendwie Auf gut Glück Ja, auf gut Glück Das ist sehr gut von dir Wie geht das denn jetzt nicht mehr, der Longearm? Ich kriege einen Helm Verdammt Jetzt wieder Jetzt wieder Jetzt auch Jetzt Oh, jetzt kriege ich nicht mal da rein Jetzt wieder nicht Ah, es hat mir nichts getan Komm ich irgendwie hoch? Ja, das ist eine Leiter So Oh Oh Finde Sehr schön Ähm Wir kommen gleich monsterlich Und sie müssen sich hier Soll ich mich reinsteigen? Ja, versuch's mal Ich steh drauf Ich weiß, was dir helfen wird Ja, ja, not be interrupted Lass uns ihn interrupten Lass uns ihn interrupten Ich Ich zuck schonmal meinen Staubsauger Ja, ist gute Idee Oh, du bist geblitzt, denkst? Ja Es macht mir nichts Oh, hinter mir? Auf zu heulen Soll ich hier stehen bleiben? Ja, das ist schon eine gute Position Ja, das ist schon eine gute Position Get yourself in Position Es, es regnet Sterne Ja Dann wirst du instant teleportiert, oder wie? Was? Ist das jetzt fertig? Ist das jetzt fertig? Hm Noch nicht Jetzt Jetzt bin ich reingefallen Ja, okay Tack Ich bin hier Ich bin hier gleich angekommen Ich bin hier gleich angekommen Nein, du hast mich weggeblockt Ah, man kann lenken Das war genau geplant Das war genau geplant Das war genau geplant Okay, ich habe überlebt Ach, wie komm ich jetzt da rüber? Ich verspringen Ja, das sollte eh Wie bist du wieder da sind? Ja, kannste rüber sprengen Oh, das war nicht gut Das war nicht gut Müssen wir denn hier weiter? Ja, das war nicht gut Ich bin wieder ganz hoch und wollte mich verarschen Wo geht's denn hier? Wo geht's denn hier weiter? Oh nein, oh, ich werd schon wieder sterben, ey. Das wird nicht mein Level werden. Sag mal bitte, dass du MapChange findest. Nein. Ich bin tot. Wie, jetzt ist es nicht gut. Oh nein, oh, wieso hat der Sprung jetzt nicht geklappt, ey? So eine Scheiße. Oh, schon wieder nicht. Oh, er hat gerade so gereicht, gerade so. Oh, das reicht nicht. Wo gehst du denn hin? Achtung, hinter dir. Du wolltest auf mich. Ich komm hier nicht weg. Komm ich denn hier wieder hochfern, nochmal? Ah, ich hab's geschafft. Ich hab keine Ahnung. Ach, wie viele Leuchtdinger hier, die nicht mehr leuchten. Das ist doch niedlich. Nein, das ist nahe Lade. Ich freue mich eigentlich nicht mehr wieder den Stop sogar. Wo müssen wir überhaupt hier genau hin? Ich weiß es doch auch nicht. Geht's da weiter? Oh Gott, hier willst du ja vorher nicht. Oh Gott, hier willst du ja vorher nicht. Kannst du mich wiederbeleben? Hier bist du denn nur wieder tot. Ah. Wo bist du denn? Ach, mein Leicht ist zerflattet, oder? Ach, scheiße. Springen mal zu viel Spaß. Ich liebe springen. Ich komme dann nicht mehr wieder rein. Der Tom ist unglaublich weit weg. Was, gerade? Ich? Oh nein, nein. Ach, manche müssen wieder sterben. Ich hasse es. Halt Spaß. Kann ich nicht von hier raus springen? Nee, geht nicht. Wo müssen wir denn hier hin? Oh, ich werde schon wieder sterben. Ich hasse es. Ich hasse es. Bin ich schneller, wenn ich Suizid mache? Bestimmt. Übrigens habe ich Grafikfehler, wenn ich runterfalle. Ja, so halbwegs. Oh, ich kann die nicht. Ja, komm mal hin. Suizid. Nee, geht auch nicht. Ja, du musst das Level beenden. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Hier ist nichts. Ich werde einfach tausendmal fehlen. Hier geht es nur zurück. Durch dieses Loch, wo wir hergekommen sind. Schieß eine Wand auf. Oh, das gibt es doch nicht, ey. Warum klappt denn der Sprung manchmal nicht? Ich muss doch einfach nur das Beides gleichzeitig drücken, oder? Ja. Leertaste oder am Tor. Dann geht das einfach. Ach, erst leertaste? Also und nach vorne. Also am ersten nach vorne und dann die beiden. Irgendwie klappt das manchmal nicht. Doch, klappt immer gut. Ich muss jetzt zuerst beim Tor oder zuerst jetzt drücken. Ja, ein bisschen mach ich ja. Klappt ja auch gefühlt ganz oft. Oh, der war zu weit, der war zu weit, der war zu weit. Doch nicht. Ach, komm, ich kann nicht runter. Keine Ahnung, was ich hier machen muss. Ich bin auch gleich hier unten. Vielleicht gibt es noch mehr Eingänge? Nee, nur ein. Oh. Jetzt komm ich nicht. Ich bin hier aufgesprungen, ey. Oh, spring doch einfach mal, wenn wir mal. Ich hasse springen. Ach, ist das gescheit. Ich bitte nie wieder sterben. Nie wieder sterben. Okay, wo geht's da rein? Da ging's doch irgendwo unten. Okay. Kann man die Dinger kaputt machen? Geht nicht. Was macht das Ding hier? Das sieht gefährlich, das sieht interessant aus. Das hat irgendwas gemacht. Was hat das gemacht? Was ist... Ja, ganz sicher. Ja, siehst du doch. Was? Aber ich weiß nicht, was es macht. Jetzt noch zum Teil. Hast du denn auch noch eins? Ja. Das ist ja ein einfaches Rätsel. Ich glaube, ich stehe hier falsch. Wenn ich da reingehe, hätte ich sterben. Wie lange nehmen wir jetzt schon auf? Weiß ich nicht. Die Mosch. Ich sage mich hier. Ja.